Ich erlaube mir, mir ein paar Tage freizunehmen von YouTube. Vor ein paar Stunden wurde einer meiner kleinen Kater eingeschläfert, weil er krank war. Und ich glaube nicht, dass ich die nächsten Tage die Nerven habe, mich mit YouTube zu beschäftigen. Ich weiß nicht, für jeden sind Haustiere so wichtig, aber für mich und meine Familie sind sie Familienmitglieder. Und deswegen tut es sehr, sehr weh, dass ich mich von einem meiner Kater verabschieden musste. Ich werde meinen kleinen Lied nie vergessen und ich wünschte, ich hätte ihm helfen können. Aber ihn in Frieden gehen zu lassen, bevor er wirklich leiden muss, war das Beste. Vielen Dank für alle, die das verstehen, dass ich jetzt eine kleine Pause brauche. Passt auf euch auf.